Musik Mit Skulpturen und Büsten aus Bronze hatte sich der deutsche Bildhauer Kurt Ahrens im 20. Jahrhundert weltweit einen Namen gemacht. Im klassischen Genre der Tierplastik schuf er einzigartige Werke mit seiner ganz persönlichen Handschrift. Kurt Ahrens besaß das besondere Talent, das Wesen der Tiere herausarbeiten zu können, ohne sie realistisch abbilden zu müssen. Auch in dieser Figurengruppe modellierte Ahrens die Eulen sehr naturnah. Er betonte ihre leicht gesenkten Köpfe mit den großen Augen. Die Struktur des Gefieders hingegen deutete er hier nur an. In beeindruckender Weise versteht er, zum eigentlichen Wesen der von ihm dargestellten Tiere vorzudringen. In der griechischen Mythologie war die Eule ein Symbol für die Weisheit. So eng beieinander stehend, lässt sich das Eulenpaar aber auch als Sinnbild für Zweisamkeit und Geborgenheit verstehen. Beim Betrachten des Werkes spürt man förmlich die Vertrautheit und Zuneigung dieses Paares. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. In einer limitierten Auflage von 499 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Die Zeit der Werker In einer limitierten Auflage von 499 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. In einer limitierten Auflage von 499 Exemplaren ist sie ausgebild und vernet기는 wie bei Ars Mundi, berschuss zu zweit. In einer limitierten Auflage von 599 Exemplaren ist sie� jemals um ein Buch und vernet sich.